Hallihallo, Hallöchen, liebe Ramba-Zamba-TV-Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Kurz vor Feierabend in Bad Gandersheim an einem ganz behaglichen, frischen, schönen Vorwinterabend. Es wird ja die nächste und diese Woche soll es ja schön warm bleiben, aber abends merkt man doch schon, dass es langsam kalt wird. Wir haben, wie das erste Bild schon zeigt, unsere Action-Cam wieder neu reinbekommen. Wir waren ja relativ schnell aus Verkauf, hatten sie im Sommer mal, jetzt haben wir sie wieder zum Sonderpreis nachbekommen. So sieht es ja aus, die Action-Cam, ich mache sie mal hier ab. Hat natürlich eine Halterung für ein Stativ dabei, hat ein wasserdichtes Gehäuse dabei. Man kann die also hier rausnehmen, ist wasserdicht, kann sie aktivieren, ist übrigens 720p HD. Man kann aufnehmen, man braucht glaube ich 6 oder 8 GB pro Stunde Aufnehmezeit. Und wie gesagt, wasserdichtes Gehäuse ist dabei. Zu den technischen Daten zum Schluss nachher ein bisschen mehr. Bei dem ganzen Set ist dabei, hier vorne, die Halterung für Motorrad, Auto, Fahrrad, was auch immer. Dann ist noch dabei hier nochmal so eine Halterung als Dash-Cam. Kann man die dann benutzen im Auto natürlich auch. Das Ladekabel ist dabei, ein Trageriegel ist dabei. Das ist der Einraster, wenn man es irgendwo am Helm hat, für Motorradfahrer, Snowboardfahrer, Skifahrer. Ja, das ist das ganze Teil. Hier ist nochmal das ganze Zubehör deutlich zu sehen. Helmgurt und so weiter und so fort. So, jetzt zu den technischen Daten. Das ist mit wasserfestem Gehäuse, HD-Aufnahme mit 720p, 1,8 Zoll LCD-Bildschirm. Fünf Zubehörteile, wasserfestes Gehäuse, Stativbefestigung, Helmgurt, Schutzschirm und USB-Kabel. Ich lese das hier gerade ab. Fotos mit 5 Megapixel, eingebautes Mikrofon, Speicher-SD-Camp bis 32 Gigabyte, Stromversorgung bei eingebauten Lithium-Ionen-Akku, 3,7 Volt. Funktionsdauer bis zu 80 Minuten, danach zwei Stunden aufladen. Du veränderst ständig das Ding, ich kann gar nicht mehr richtig lesen. So, mal gucken. Was haben wir noch? Videobereich, ah, hier steht 6 Gigabyte pro Stunde. Vide braucht man, wenn man aufnimmt. Kameralinse ist eine F3,1, vierfach Digitalzoom und Linsenwinkel sind 120 Grad. Ich hoffe, dass das alles verständlich war. Action Cam, so sieht sie aus. Wie gesagt, auch als Dashboard zu benutzen. Richtig schönes Teil. Also, wenn ich überlege, was so ein Original-Action Cam Go-Pünktchen kostet, ist das ja ein Geschenk. Ach so, den Preis haben wir noch gar nicht gesagt. 69,95 war der normale Preis. Wir haben sie für 33 Euro plus 4,99 Euro versandt. 33 Euro plus 4,99 Euro versandt. Und als Versandkostenschmerz-Linderungsbeitrag, der bei uns ja weltberühmt ist mittlerweile, gibt es. Von Samsonite. Guck mal, Original Samsonite. Ein Täschchen dazu, wo nämlich diese ganze Kamera und alles hier mit Trageriemen und so weiter, nämlich locker reinpasst. Für unterwegs, damit dem guten Stück, dem neuen guten Stück, dann auch nichts passiert. Also mit gutem Stück meine ich natürlich die Kamera. Die ist gratis kostenlos dabei. Kostet mal 4,99 Euro. Die gibt es kostenlos dabei. Und jetzt oben, unten, vorne, hinten klicken und ihre Action Cam mit Kamera kostenlos, Kameratasche kostenlos, mit dem ganzen Zubehör bestellen. Bis dahin, Peace, Love und Harmonie.